Hallo ihr lieben Farbbrat-Kollaborateure, mein Name ist Tim und heute zeige ich euch, was ich mit dem Collab-Projekt von Kai bzw. der Community gemacht habe. Das Projekt wurde ja von Kai, von Kai voll abgedreht, ins Leben gerufen und mittlerweile haben mein Videostudio, Visual Effects, Video Effects Creator, DaVinci Resolve Tutorials, Sofias DaVinci Tutorials, Number 73, Filmkünstler bzw. VicFilm und Marco Schreiber das Projekt in den Händen gehabt und jeweils im Rahmen von 60 Minuten das Projekt vorangetrieben. Ausgangspunkt waren die ausgesuchten Stock-Footage-Clips von Kai. Ich persönlich wurde nunmehr ja schon ziemlich oft gefragt und nominiert, ob ich nicht etwas beitragen könnte und deshalb seht ihr heute meine Verwurstelung des Projektes, also was ich damit angestellt habe. Bisher haben ja alle eben genannten Teilnehmer immer zu Beginn noch einmal den Stand des Vorgängers gezeigt, also den Stand, den sie jeweils bekommen haben. Ich mache das aber heute mal etwas anders und lasse das diesmal weg, denn wer den Stand von meinem Vorgänger Marco Schreiber sehen möchte, der kann gern zu Marco Schreiber auf den Kanal schauen und sich dort ansehen, was er mit dem Filmchen gemacht hat. Ich für meinen Teil habe mich entschieden, euch lieber ein paar Dinge zu zeigen und zu erklären, die ich gemacht habe und warum ich sie gemacht habe. Eins jedoch gleich vorweg, die meisten Clips in diesem Projekt sind wirklich katastrophal in der Qualität. Fast alle Clips haben wirklich heftige Artefakte und jede Menge Bendings und Blockings und Rauschen. Ich habe schon lange nicht mehr so schlechte Footage gesehen. Tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber ich war wirklich ganz schön erschrocken. Dafür kann aber auch der liebe Kai nichts, denn Stock Footage ist halt nun mal manchmal eben halt auch nicht so besonders gut. Da ja jeder nur eine Stunde Zeit hatte, muss ich ehrlich sagen, Ich habe mich wirklich nur an das Grundlegendste gesetzt, wollte aber dann noch ein halbwegs brauchbares Ergebnis erzielen. Und ehrlich gesagt, ich habe am Ende knapp 80 Minuten gesessen. Sorry, wenn das die Spielregeln kippt, aber in 60 Minuten war hier wirklich nicht so viel zu machen. Insofern, wen es interessiert, was herausgekommen ist, hier kommt mein Breakdown. Also zuerst einmal seht ihr jeweils hier immer die Notes von Marco. Die habe ich mit MS gelabelt, manche habe ich genutzt und manche habe ich verworfen bzw. so wie hier einfach deaktiviert. Zum Vergleich habe ich bei jedem Clip jeweils zwei Versionen. Eine mit MS gelabelt, die zeigt den Stand, wie ich es bekommen habe und dann eben meine Version. Die ist jeweils mit FK gelabelt, also für Farbkanal. Grundsätzlich wollte ich so schnell wie möglich zu einem sehr einfachen Film-Print-Look gelangen. Dazu habe ich mir bei jedem Clip immer nach der Exposure einen Colorspace-Transform-Note angelegt, in der ich von Rexona 9 nach Areloxie transformiere, dann in der darauffolgenden Note mir eine Film-Matrix hinzugefügt, hier als DCTL und in der Note danach wieder mittels einer Colorspace-Transform-Note zurück nach Rexona 9. Das musste ich so machen, weil die hier verwendete Film-Matrix auf den Areloxie Colorspace angewendet werden muss. Ansonsten bringt sie verfälschte Ergebnisse. Das habe ich also in jedem Clip gemacht. Ihr erkennt das immer an den CST- und FM-Notes, also diesen drei Notes hier. FM steht für Film-Matrix. Da ich nicht viel Zeit hatte, habe ich es mir diesmal etwas einfach gemacht und mir meine von mir selbst erstellten Film-Emulation-Luds angesehen und dann entsprechende Versionen herausgesucht und diese jeweils hier in der letzten Note jedes Clips ganz einfach hinzugefügt. Die Film-Matrix macht im Grunde folgendes. Moment, ich schalte mal zum Vektor-Scope und schalte mal die Note aus und an. Seht ihr das? Die Farben werden insgesamt mehr an einen Film-Negative bzw. Print-Look angepasst. Das war es auch schon. Okay, zurück zum ersten Clip. Hier habe ich mir noch mit zwei Power-Windows etwas mehr Tonality in das Bild geholt und das war es hier auch schon wieder. Im zweiten Clip habe ich darauf geachtet, dass die Highlights möglichst neutral sind, um einen nicht zu eingefärbten Look zu erhalten. Also einfach die Highlights gecleant, dann die Exposure, die drei Notes für die Film-Matrix und dann mit einer weiteren Matrix hier im RGB-Mixer. Ganz einfach mir noch die Farben etwas mehr in die Richtung geholt, wo ich sie haben wollte und am Ende eben auch wieder die Film-Emulation-LUT. Diese LUTs habe ich speziell für Rexxon 9 generiert und diese LUTs verhindern generell ein Clippen und beinhalten auch einen Filmkontrast sowie Print- und Negativ-Emulationen. Das war der schnellste Weg, um hier aus diesem Clip noch etwas Brauchbares herauszuholen und um ehrlich zu sein, ich habe am Ende fast 1,5 Stunden gebraucht, weil ich bei manchen Shots einfach wirklich erst noch ein bisschen was versucht habe zu retten. Seht ihr gleich. Zum Beispiel bei diesem Shot mit den Koffern hier. Guckt euch mal das Gezappel hier im Vectorscope an. Das ist ein wunderschönes Beispiel für jede Menge Chroma-Noise und für Artefakte und Bendings ohne Ende. Seht mal, guckt mal auf das Laufband und hier links oben, ich schalte mal alle Nodes aus. So sieht es vorher aus und jetzt mal wieder an. Okay, guckt mal. Mit diesen drei Nodes hier habe ich zumindest in den räumlich weiter hinten gelegenen Bereichen ordentlich Blur draufgezogen. Dadurch wird der Shot wenigstens ein bisschen cleaner und bekommt außerdem gleich noch etwas mehr Tiefe. Die anderen Nodes hier sind fürs Lightning, also um die Koffer noch ein wenig mehr hervorzuheben. Und in diesen beiden Nodes hier unten habe ich mittels Chromatic Adaption noch ein bisschen Farbkontrast reingebracht. Hier noch etwas Sättigung und Highlights abgesenkt und die Shadows ein wenig angehoben, weil sonst die Filmprint Emulation in der LUT hier in der letzten Note zu heftig ausfallen würde. Nochmal Stand vorher und so sieht es jetzt aus. Nächster Clip ähnlich, nur dass ich hier mittels Power Windows etwas mehr Spannung in den Shot gebracht habe, indem ich im Vordergrund etwas mehr Sonne und im Hintergrund etwas mehr Dunst simuliert habe. Wenn ich die drei Nodes hier mal ein- und ausschalte, der Shot ist jetzt viel interessanter und auch ausgeglichener. In der vorletzten Note noch etwas Kontrast Compression, also Highlights etwas runter und Shadows etwas rauf, um die Print Emulation etwas zu kompensieren. Nächster Shot auch wieder hier die Film Matrix, diesmal gefolgt von einer Split Matrix. Hier habe ich lediglich Grün und Blau im Blue Output getauscht. Wer das genauer wissen will, bitte das Video Two Strip Look ansehen. Ich verlinke das hier oben rechts. Auf den erzeugten Two Strip habe ich noch eine Matrix hinzugefügt, um die Farben mehr dorthin zu bekommen, wo ich sie haben wollte und zeige euch das mal genauer. Am besten sieht man das in der Chromaticity. Moment. Wenn ich diese Matrix an- und ausschalte, seht ihr, wie schön ich mit den Farben dadurch in die Black Body Line komme. Im Grunde ist das eine Art Kompression. Das ist also diese M2 gelabelte Note hier, die seht ihr gleich noch öfter. Danach habe ich mal einfach einen Stapel mit Power Windows erzeugt, mit dem ich dann dem Shot einen völlig anderen und besser zum Thema Urlaub passenden Look gegeben habe. Außerdem war die White Balance alles andere als ausgeglichen. Im Grunde habe ich den Shot damit mehr neutralisiert und interessanter gemacht. Guckt mal, was nur diese Parallel Node Stacks hier schon bewirken. Okay. Diese vorletzte Note ist wieder für die Kontrastkomprimierung, damit die Film Print Emulation nicht zu heftig wird. Auch hier nochmal. So habe ich es bekommen. Und so sieht es jetzt aus. Nachtszene. Wie schon erwähnt, habe ich so gelassen. Die ist sowas von schlecht. Da habe ich am Ende einfach nur die Film Matrix draufgelegt. Hier schnell auch vorher. Und nachher fertig. Okay, jetzt wird es interessant. Hier habe ich zunächst wieder die Highlights weitestgehend neutralisiert. Dann die Film Matrix. Dann noch eine Matrix, in der ich mir hier in der Chromaticity, Moment, ich schalte die mal kurz ein, den Farbbereich insgesamt noch mehr zur Black Body Line ziehe. In den blauen Bereichen. Ihr seht das hier im RGB Mixer, im Red Output Channel und dann mit diesem Parallel Node Stack hier wieder mit Power Windows das Image insgesamt mehr cinematisch oder filmisch gemacht habe. Die unterste Note hier shiftet mir in diesen Bereich hier die Temperature, also die Temperatur, noch einmal um ca. 1100 Kelvin. Diese drei B-Notes hier drüber sind jeweils Bereiche, welche ich mit Lensblur weich gezeichnet habe, um a. etwas artefaktlos zu werden und b. natürlich um dem Image mehr Tiefe zu verleihen und um den Blick etwas mehr auf das Gesicht zu lenken. Und die beiden Nodes hier oben sind nur ein wenig Re-Lightning, also Neubelichtung, Re-Belichtung. Dann noch unsere Kontrast-Compression und zum Schluss die Film Emulation LUT. Nächster Shot wieder im Grunde das gleiche, wie schon vorhin beim Blick aus dem Flugzeug, aber diesmal mit diesen drei Parallel Nodes hier. Diese dienen dazu, dem Feuer- und Rauchschweif des vorbeifliegenden Jets ein wenig mehr in das Image einzufügen. Also habe ich das Feuer und die Rauchschwaden mehr an das restliche Image angepasst und das Jet natürlich auch die letzte Note wie gehabt, die Film Emulation LUT. Im Grunde kann man hier noch viel, viel mehr tun und muss man auch noch viel, viel mehr tun, aber wie gesagt, ich war sowieso schon über der Zeit, also über den 60 Minuten Limit und habe es dann dabei belassen. Aber mit weiteren Stacks und weiteren Maßnahmen könnte man das Flugzeug und die Rauchschwaden und das Feuer noch besser in das Image einpassen oder anpassen. Nächster Shot im Grunde dasselbe Prinzip, aber diesmal die Windows nicht als Parallel Stack, sondern einfach, um euch nochmal zu zeigen, es geht mitunter, wenn man nur wenige Nodes hat, auch in Serie. Hintereinander also die ersten beiden dieser Dreier Relightning Nodes sind durch den Alpha der ersten Note hier gekoppelt. Das nennt man Inside-Outside-Node. Also die erste Note bekommt eine Maske und dann legt ihr mit Option und O oder verbindet uns mit Alt und O eine weitere Note an und diese ist dann automatisch das Gegenteil von der Note davor, hat also eine Maske für den Bereich, welcher bei der Note davor nicht maskiert ist. Seht ihr das? Ganz einfach also. Hier auch nochmal, so habe ich es bekommen und das haben wir jetzt daraus gemacht. Nächster Shot genauso hier auch wieder mit Parallel Notes versucht diese Artefakte und Bendings wenigstens etwas einzudämmen. Besonders die zweite Note hier von oben. Guckt mal, wie dieser Shot aussieht. Und wenn ich mir das mal auf dem Referenzmonitor ansehe, mich interessiert wirklich mal, wie diese Artefakte und Bendings hier reingekommen sind. Guckt euch mal schon die Original Clips an. Ich zeige mal euch einen Moment. Hier seht ihr das. Dieser Shot ist so schlecht. Guckt mal auf die Hose hier oder auf den Hintergrund hier links, diese blaue Wand. Seht ihr das? Im Grunde überall. Keine Ahnung, wer den gemacht hat. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Okay? Also auch hier weich gezeichnet. Und etwas Relightning, um den Shot wenigstens etwas interessanter zu machen. Nächster Shot ist der gleiche wie zuvor. Das Mädchen hier. Also nichts Neues. Dann der Himmel mit Sonne. Schick, schick. Nichts Neues. Also nur Exposure, Highlights, Film Matrix und am Schluss die Film Emulation Latt. Und schließlich nochmal das kranke und verzweifelte Mädchen hier. Und dann der Abspann. Hier nochmal der ganze Clip, wie er jetzt aussieht. Es war einfach nur ein spontaner Trip mit guten Freunden. Einfach mal raus, ausspannen und richtig gut abfeiern. Und dann wurde der Traumurlaub zum Albtraum. Irre, wie ein einzelner Moment dein ganzes Leben verändern kann. Was bleibt, sind Erinnerungen, Bilder. Ich habe meinen Frieden gemacht, aber als ich erfuhr, wie sie damit umgeht. Okay, das war nochmal der Clip, wie ich ihn jetzt herausgebe. Und zwar geht er jetzt zurück an Kai. Okay, zumindest ist das mein Informationsstand. Falls aber jemand noch gern hier drauf aufbauen und es noch weiter verfeinern möchte, schreibt mir einfach eine E-Mail oder in die Kommentare. Ihr wisst schon, ansonsten würde ich das Projekt dann in ca. 8 Tagen an Kai schicken, damit er dann vielleicht noch etwas damit machen kann oder es abschließen kann, ganz wie Kai möchte. Auch nochmal vielen lieben Dank an Kai, dass er überhaupt dieses Projekt ins Leben gerufen hat. Auf alle Fälle möchte ich nochmal allen Beteiligten danken. Und besonders toll fand ich, dass mit Sophia endlich mal ein Mädel sich getraut hat, etwas beizusteuern. Das brauchen wir viel öfter. Was ich persönlich etwas schade fand, ich habe bei manchen Beteiligten in diesem Projekt leider die Links zu den anderen Beteiligten vermisst. Also zu den Leuten, die zuvor ja schon an diesem Kollaborationsprojekt mitgewirkt haben. Das finde ich insofern schade, da es ja ein Community-Projekt sein sollte und Community lebt in erster Linie vor Miteinander. Deshalb verlinke ich noch einmal als Dankeschön an alle Beteiligten die jeweiligen Kanäle. Hier unten in der Deskription. So, und damit sind wir auch schon am Ende dieses kleinen Breakdowns. So viel war es ja auch nicht. Ich hoffe, ihr konntet für euch vielleicht etwas mitnehmen und lernen. Ansonsten nächstes Tutorial kommt schon bald. Also, ihr lieben Farbradfahrer, bleibt wie immer schön bunt und macht's besser.